So, was geht YouTube? Chris hier, zurück mit einem neuen Escape from Tarkov Video und heute auch wieder ein kurzes Informationsvideo zu Änderungen in Escape from Tarkov. Es geht um Misfire und Lootchancen von hochwertigem Loot. Das erste, worum es in dem Video geht, sind Misfires. Die wurden bisher stark von der Munition beeinflusst, die ihr verwendet habt. Also jede Munition hat einen eigenen Modifikator zu Misfires und die wurden jetzt mit einer Veränderung halbiert. Das heißt, wir haben nur noch halb so hohe Chancen, überhaupt einen Misfire zu bekommen, was ich jetzt nicht herbeigesehnt habe. Ich persönlich hatte mit den Misfires nie ein Problem und hatte auch nicht das Gefühl, dass das zu häufig ist. Allerdings ist es jetzt eben so, dass die Chance je nach Munition einfach halbiert wurde. Das Ganze hat Logic herausgefunden. Es ist ein Dataminer, der immer wieder mal schaut, was verändert sich denn so in Escape from Tarkov. Da könnt ihr einfach mal auf eft.bot slash changes gehen. Das ist seine Website oder eft.bot generell. Aber wenn ihr slash changes hinten dran hängt, dann seht ihr eben, was sich mit dem letzten Update quasi verändert hat. Und da sehen wir dann zum Beispiel, dass eine Munition wie die 762x51 M62 von 0,35% Chance runter ist auf 0,175. Und das gleiche gilt für so gut wie jede andere Munition. M995 hatte 0,3668% Chance und ist jetzt runter auf, wo war ich gerade, 0,1834. Also generell alle Werte einfach mal halbiert, was so viel bedeutet wie, ihr könnt davon ausgehen, dass in Escape from Tarkov die Malfunctions nur noch halb so häufig auftreten, wie es bisher der Fall war. Für mich, wie gesagt, nie ein Problem gewesen. Ich fand das eigentlich so eine gute Balance. Aber ich weiß auch, dass es viele gab, die da, ja, nennen wir es einfach, sie waren nicht zufrieden damit und haben das immer laut kundgetan. Und Battlestate Games ist da eingeknickt und hat da jetzt was dran gemacht. Wie ihr es findet, müsst ihr selber entscheiden. Ich teile euch nur die News mit. So, außerdem haben wir ein neues Event. Seit gestern gab es immer wieder mal Leute, die festgestellt haben, dass die High-Loot-Spots, die High-Value-Loot-Spots sehr, sehr schlecht bestückt sind gerade. Soll bedeuten, Marketrooms, Red-Key-Card-Raum, Loot-Spawns von Grafikkarten und so weiter, dass da eigentlich fast nichts mehr zu holen ist. Soll nicht bedeuten, dass da gar nichts mehr war, sondern eben sehr, sehr, sehr viel weniger als sonst. Und haben alle schon so eine versteckte Änderung der Loot-Häufigkeit oder des Loot-Wertes vermutet. Und heute kam dann tatsächlich auch von Fans eine Nachricht, in der es heißt. So, listen up, I'm only telling you this because we got along well. The past places with the stuff are no longer relevant. My people removed and stashed almost all the valuables. So keep in mind, look for it elsewhere on the locations. Bedeutet im Prinzip einfach so viel wie, der wertvolle Scheiß ist nicht mehr dort, wo es sonst immer ist. Meine Leute haben ihn weggepackt und irgendwo anders verstaut. Guck, woanders auf der Map danach. Und was ich jetzt gemacht habe, ist eben, ich bin hergegangen und habe versucht mit ein paar Zuschauern im Stream rauszufinden. Ist denn jetzt so die Spawn-Chance von hochwertigem Loot an anderen Stellen irgendwo besser? Das heißt, wir haben verschiedene Theorien gehabt. Erstmal war die Idee, vielleicht ist in Hidden Stashes jetzt besserer Loot drin. Haben wir mal nachgeschaut, konnte sich jetzt nicht bestätigen. Dann haben wir nachgeschaut, ist denn an übrigen Loot-Spawns, wie zum Beispiel Sporttaschen, Waffenkisten und so weiter, ist da vielleicht mehr drin? Konnten wir bis jetzt auch nicht wirklich sagen. Und dann haben wir noch überlegt, bedeutet das vielleicht, dass die Scavs geileren Scheiß dabei haben? Und sind auch hergegangen und haben etliche Scavs gelootet und mal durchgeschaut. Auch da bisher kein Hinweis darauf, dass der Loot an anderer Stelle besser geworden ist. Jetzt müssen wir im Moment erstmal davon ausgehen, dass es einfach nur bedeutet, an den Orten, an denen sonst guter Loot spawnt, wo sonst Grafikkarten spawnen, wo sonst Hidden Stashes, Markdrooms zum Beispiel sind, dass da der Loot runtergefahren wurde. Lohnt sich also im Moment nicht, irgendwie den Markdroom-Key aufzubrauchen und da drauf zu rennen. Da werdet ihr definitiv deutlich weniger finden. Wie gesagt, das haben andere Streamer schon festgestellt seit gestern. Finden wir an anderer Stelle jetzt besseren Loot? Ich würde im Moment sagen nein, aber wenn ihr was festgestellt habt, dann ab in die Kommentare damit, lasst es mich wissen. Ich glaube, das ist dann für alle interessant. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass einfach in einem ganz normalen Loot-Spot jetzt besserer Loot spawnt, einfach weil es dazu führen würde, dass die Spielerschaft sich eben so ein bisschen mehr auf die Map verteilt und nicht mehr alles nur an diesen klassischen Punkten stattfindet, an denen eben die Kämpfe dann hauptsächlich sind, sobald die meisten Spieler mal ihr Level 40, 42 erreicht haben und keine großartige Motivation für Quests mehr haben. Wenn es wirklich nur so wäre, dass an den High-Value Loot-Spawns jetzt weniger Loot spawnt oder die Garantie oder die Wahrscheinlichkeit niedriger ist, dass das Loot spawnt, fände ich das ein bisschen Schwachsinns-Event. Weil, wenn dafür an anderer Stelle nicht irgendwie was Geileres ist, glaube ich, wird es die Leute nicht dazu motivieren, jetzt tatsächlich mal über die ganze Map zu gehen. Ja, das war es eigentlich schon. Zwei Punkte. Misfires, Chance jetzt auf jeden Fall halbiert. Und eben an den High-Value Loot-Spots sehr, sehr weniger guter Loot und eventuell an anderer Stelle dafür mehr. Ihr könnt in den Kommentaren diskutieren. Lasst mich wissen, was bei euch Sache ist. Ob ihr was festgestellt habt. Und dann bin ich auch schon wieder fertig. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Denkt dran, ihr seid die Geilsten. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020